Donnerstag, 22.10. Am Anschlagbrett im Laden entdeckte ich einen interessanten Aushang. Sie möchten etwas dazu verdienen und Ihre Kondition verbessern? Dann tragen Sie in Calio Gratiszeitungen aus. Lehrreiche, selbstständige Arbeit, eine glänzende Vorbereitung auf jeden Beruf. Beste Aufstiegschancen für flinke Mitarbeiter. Rufen Sie uns an. Scheiße, das war ja wie für mich gemacht. Bald hat unsereins einen Waschbrettbauch und einen Sack voll Geld. Eigenes Geld. Beim Einstellungsgespräch erfuhr ich, dass ich schon am selben Abend anfangen konnte. Das einzige Minus war, dass ich die Blätter in meiner eigenen Nachbarschaft verteilen musste. Na, falls mich jemand beim Arbeiten erwischt, bringe ich ihn um. Ich holte den ersten Stapel Zeitungen. Scheiße, das war eine Unmenge. Trotzdem stiefelte ich gewissenhaft los, um sie auszutragen. Ich hätte besser daran getan, vorher den Astrologen anzurufen und ihn zu fragen, ob heute ein guter Tag ist, um meine Karriere bei der Presse zu beginnen. Denn gleich im ersten Haus hatte ich richtig Pech. Irgendein Junkie hatte sich eine Überdosis gespritzt und nun untersuchten Polizisten und Sanitäter den Lift und die Leiche und warteten auf den Leichenwagen. Einer von den Bullen wollte mich in Eisen legen, als sie fragte, ob ich mir den Lift mal kurz ausborgen könnte. Bei der Firma hatten sie mir geraten, beim Verteilen ganz oben anzufangen. Ich war halbtot, als ich mit dem verdammten Stapel den achten Stock erreichte. Als ich endlich wieder unten ankam, war ich so durcheinander, dass ich eine Zeitung in den verdammten Lift steckte. Beim Verlassen des Hauses hörte ich noch, wie einer der Bullen sagte, was zum Teufel ist das denn? Die armen Kerle können wohl nicht lesen. Ich war in keiner Hinsicht zufrieden mit meinem neuen Job. Zum Glück funktionierte in den meisten Häusern der Aufzug. Dann kam wieder eins ohne Lift. Ich weiß nicht, was für ein Scheiß-Gangster-Asyl das war. Jedenfalls sah ich im Treppen aus Blut, Spritzen, Kotze, Scheiße und gebrauchte Kondome von den interessanten Wandinschriften ganz zu schweigen. Am deutlichsten sprang mir ein romantischer Spruch in die Augen. Ich bring dich um. Ich kletterte eine Spur vorsichtiger in die oberste Etage als in den anderen Häusern. Als ich die Zeitung schon fast überall eingeworfen hatte, kam ich an eine Tür, wo der Briefschlitz einfach nicht nachgeben wollte. Ich schob und schob, aber es fühlte sich an, als wäre der Schlitz zugeklebt. Schließlich kam ich auf die Idee, ein ganzes Bündel Zeitungen zu einem harten Staffelstab zu rollen. Ich setzte ihn so an wie den Schwanz an die Lippen der Möse und gab dem anderen Ende einen festen Stoß. Der Widerstand gab nach und die Rolle flog mit Schwung durch den Schlitz in den Flur. Einen Moment war alles still. Dann dröhnte eine Stimme aus der Wohnung. Wer zum Teufel? Bevor ich den Tatort verlassen konnte, riss jemand die Tür auf. Ein blau-grüner Hühne stand vor mir. Die Färbung lag nicht daran, dass ihm übel gewesen wäre, sondern kam von seinen Tätowierungen. Der Kerl war in Unterhose und hielt einen Lackpinsel in der Hand. Sein ganzer Körper war mit diversen Parolen tätowiert. Bei rascher Musterung entdeckte ich kein einziges Friedenszeichen und keine tiefgründigen religiösen Appelle auf der Haut des Riesen. Der Kerl füllte praktisch die ganze Türöffnung aus, aber ich sah doch, dass mein kleines Informationspaket auf das frisch lackierte Parkett gesegelt war. »Bist du verdammter Arsch blind oder nur doof?« donnerte der Pinselheini und funkelte mich wütend an. In dem Moment sah ich das Schild neben der Tür. »Keine Post? Der Fußboden wird lackiert.« »Danke.« Ich mobilisierte alle meine schauspielerischen Fähigkeiten, tastete nach der Wand und bemühte mich um einen möglichst leeren Blick. »Entschuldigung, der Herr, sehen Sie hier irgendwo einen weißen Stock?« fragte ich den Kleiderschrank. Der Riese knallte die Tür zu. Ich hörte ihn schimpfen. »Heulige Kacke, ein blinder Zeitungsbote!« Puh, das war verdammt eng gewesen. Ich beschloss, ein paar Tage blau zu machen. Samstag, 24.10. Eine gefährliche Arbeit verlangt gefährliche Vergnügungen. Ich trank so viel, wie ich konnte. Sonntag, 25.10. Gefährliche Hobbys erfordern offenbar eine ausgedehnte Genesungsphase. Ich trank so wenig, wie ich konnte. . Untertitelung des ZDF für funk, 2017